Was geht ab, Jungs? Willkommen zu diesem neuen Stream, äh, ich hoffe... Äh, geht aber voll. Ihr habt schön in die Woche reingestattet und, äh, freundet euch jetzt auf diesen Stream. Äh, Klimaanlage! Äh, äh, ja, ich habe heute auf jeden Fall viel vorbereitet, äh, unter anderem spielen wir heute Onyap, aber davor schaue ich mir an, was ihr mir geschickt habt. Mach mal auf laut, ne, bruder, lass mal, lass mal. Oh, by the way, ne, sag ich nicht. Jeder Tag, Hugo. Oh. Was soll ich tun, ja? Habe nix zu tun, ja? Sitze hier rum, in der Gommel-Lobby und habe kein Hobby. Mit Sonnenbrille bin ich hier am Chillen. Bin ich hier am Chillen. Ja. Rechte Hand schielt. Mein Auge schielt. Badelatschen. Wen wollt ihr hier eigentlich verarschen? Ich bin euch nur am verarschen. Achso, scheiße. Ich bin euch nur am